Hallo und herzlich willkommen zurück zu OMSI 2 Let's Play. Viele von euch haben sich mehr OMSI gewünscht und was macht man draus? Ich gebe euch mehr OMSI. Wir sind wieder in Pilzdorf. Immer noch aus technischen Problemen wegen OMSI 2 der Map-Kompatibilität. Ich bin jetzt froh, dass ich Pilzdorf wieder ins Laufen bekommen habe, weil zwischendurch habe ich mir ganz OMSI gecrashed. Ja, genau. Wir machen jetzt hier direkt weiter. Da schmeiße ich auch schon direkt die Scheibenwischer an. So, E für Energie. Dann brauchen wir noch L für Licht. M für den Motor, der springt an. Dann die Handbremse lösen. Gucken, ob die Türen aufgehen. Die Spost. Türen wieder zu. Müssen wir es noch warm machen. Das läuft. Die Sperre freigeben. Überknickschutz prüfen. Hintere Türen prüfen. Läuft. Geh auf. Die läuft auch. Gut. Hoffentlich können wir jetzt anfahren. Tada. Oh mein Gott. Das hat funktioniert. So, wir fahren natürlich wieder mit dem Gelenkbus. Natürlich. So, hier vorsichtig um die Corwe. So, dieses Mal fahren wir... Oh Gott, das muss ich nachgucken. Ähm, dieses Mal fahren wir Linie 2 in Omsi. Äh, in Pilzdorf. Die ist da hinten. Also diese Einfahrt. Ähm. Da muss ich gerade gucken. Ich muss das IDIS noch programmieren. Das wäre Linie... Upsala. Linie 2. 2, 0, 0. Das ist schon mal da. Und dann Route 02 müsste... Dransdorf. Ah ne, äh, 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 gewick. Route 01. Industriegebiet Süd. Das sollte passen. Ich weiß jetzt nicht, warum der Dransdorf steht. Da müsste eigentlich Pilzdorf stehen. Äh, ja, keine Ahnung. So, äh, dann fahren wir hier in die Haltbucht. Oh, was. Friedberg, ich hab den Gelenkbus. So, hier ganz vorsichtig. Jetzt steht da unten auch wieder... Keine Ahnung warum. Ähm. So, wir stehen noch nicht ganz dran. Ich fahre noch gerade davor. So, da können wir ihn nämlich auch direkt so runtersetzen. Ist aber noch nicht aktiv. So, und dann brauchen wir Fahrplan. Und, äh, ihr seht das jetzt eh wieder nicht mit dem Fahrplan, weil ich halt um sie direkt aufnehme. Äh, das lässt sich auch leider nur schwer ändern. Mal so. Äh, enthaltsstelle Industriegebiet Südterminus. Äh, am Anfang um 17 Uhr im Pilzdorf Hauptbahn... Äh, 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 zentraler Omnibusbahnhof. Oder Omnibushof. Ach, keine Ahnung, Penis. Äh, 17 Uhr. Wann machen wir? Äh, 16 Uhr... Was mach ich eigentlich? Äh, 58. Und 0 Sekunden. So, jetzt muss er das Bild neu berechnen. Dann mach's doch. So, noch zwei Minuten Zeit. Und jetzt müssten auch eigentlich Leute kommen. Tun sie aber nicht. Keine Ahnung, warum. Äh, ähm... Willst du mich... Aha. Jetzt funktioniert das. Auch keine Ahnung, warum das E-Vis nicht funktioniert. Ich glaube, ich muss das noch irgendwie umpatchen. Ich hab keine Ahnung, aber, äh... So, das läuft jetzt. Jetzt können wir auch absenken, glaube ich. Okay, können wir nicht. Warum kann ich jetzt nicht absenken? Achso, ja, genau. Ich hab Omsi neu installiert. Dabei sind meine ganzen Einstellungen flöten gegangen. Egal. Oh, das funktioniert ja trotzdem. So, jetzt hab ich noch eine Minute Zeit. Ich weiß nicht, ob es euch auffällt, aber ich versuche hier momentan ein bisschen mal durchzuraschen. Ich hab nicht viel Zeit und ich möchte die Map durchbringen. Und ihr möchtet natürlich wahrscheinlich auch möglichst viel sehen. Ich hab ja mehrere Anfragen bekommen. Und dann machen wir Omsi natürlich auch weiter. Upsala. So, äh... Ach, ganz leicht müde. Entschuldigung. So, ich würd mal sagen, wir fangen an. Genau, pünktlich. So, äh... Linie 2 geht ein bisschen weit verzweigter hier durch die Region. Als die Linie 6. Ah, geh weg, du Arsch. So. Jetzt müssen wir hier rechts. Rechts! Abbiegen natürlich. Was meint ich? So. Linie 1, 2, 3, 4. Ja, in die Richtung. So, hier in Richtung. Stadt, bitte. Oh, oh, da steht einer. Nee, das ist nicht gut. Äh, das ist nicht gut. Scheißen Dreck. Ich pause. Gucken, ob wir hier gescheit durch die Kurve kommen. Trock. Trock. Ganz vorsichtig. Ja, das passt. Sehr gut. Boah, ich bin da um sie Gott. Schreibt mir mal in die Kommentare, ob das fürs nächste Mal auch okay ist. Ich habe OMSI 2 noch hier auf der Platte, damit ihr mehr Maps sehen könnt. Da ist zwar nicht der Gelenkbus dabei, da sind aber ganz normale andere Wurste dabei. Ähm, ob es okay für euch ist, dass wir dann mit den, äh, in OMSI 2, äh, in OMSI 1 weiterfahren. Ähm, ist eigentlich das gleiche, nur halt ältere Version ein bisschen. Da ist aber nicht viel Unterschied dabei. Ähm, nur ihr könnt dann halt mehr Maps sehen und wenn, dann müsste man hier weiter auf Pilzdorf rumeiern. Schreibt es in die Kommentare, ob das okay für euch ist. Äh, ich brauche da ein wenig was Feedback, weil ich möchte das nicht einfach so über euren Kopf hinweg machen. Fände ich ein bisschen blöd, aber es wäre halt super, dann könnte ich euch mehr zeigen. Upsala. So, hier links abbiegen. Ein bisschen kenne ich mich ja hier auf dieser Map zum Glück aus. Bitt, 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 bitt. So, Stadtmitte. Nächster Haltepunkt, Stadtmitte. So, Türen gehen auf. Hallo. Ja, hallo. Ich kann auch mal einen Fahrscheinverkauf aktivieren, aber... Zu faul. So, da hinten kommt... So, da ist ein kleiner Stau. Dann gucken wir, ob wir das Neue kriegen. Oh, wer hupt. Oh. Nix gesehen. War was? War irgendwas? Ich weiß nicht, was ich meine. Also, ich habe das mit dem Thema über hier was gespielt. Keine Ahnung. So, jetzt müssen wir hier in Richtung Bahnhof. In die Bremse ausfuhlen und rein ins... Ja. So, hier wieder links. So. Tür auf. Tür auf. So, jetzt haben wir es. So, rein. Hallo. Obwohl, ich habe ein paar Sekunden Verfrühung. So, dann hier wieder links. Und wieder rechts. Und ich hoffe, dass ich dieses Mal keinen hier wegschneide. Boah, verdächtig. Halt's im Maul. So, da kommt keiner. Mach mal ein schönes Cinematic-Bild. Boah, ist das nicht schön. So. Bis jetzt hatte ich in Omsi auch wirklich nur positive Rückmeldung. Das erste Video ist mit momentan, ich glaube, 52 Views innerhalb von einer Woche auf Rekordkurs. Dafür bedanke ich mich schon mal. Und ja, es scheint auch ziemlich gut bei euch anzukommen. Deswegen geht es halt weiter in Omsi. Hallo. So, hallo. Guten Tag. So, Linie 2 biegt hier links ab. Dann wollen wir das doch auch machen. Wazoo. Oh, Gott. Das Gelenk hinten quietscht immer so wegen dem... Äh, Gelenk halt. Wegen dem hier. Das quietscht die ganze Zeit. So, ich fahr jetzt mal hier aus der Perspektive, nur weil ich's kann. Das ist ja richtig eklig von hier zu fahren. Oh, cool. Oh, cool. Man kann sich auch hier in den ersten Sitz reinsetzen. Das ist ja mega. Nein. Er hat mir gerade irgendwie den Fahrplan beendet. Irgendwas geht hier gerade schief. Eine Sekunde. Äh, Fahrplan ist aber noch aktiv. Jetzt hat er dann wieder... Keine Ahnung, was da gerade los war. Hä? Möchtest du schon verstehen. So, hier müssen wir ja links... Ah, da kommt einer. Ich kann mal umgucken. Aber ich kann hier fast gar nichts sehen. Da kommt gerade keiner. Da geben wir mal Gas hier. So, fällt gerade auf. Ich muss mal gerade dynamische Lenkung aktivieren. So, äh, da passt sich die Lenkung ein bisschen was an die Fahrgeschwindigkeit an. Dann ist es einfacher. Wir sind gar nicht mehr in der Standmitte. So, Tennis-Halle. Na hier. Schön sauber anbremsen. Und dann... Ich mach es jetzt mal für die Komfort. Mal runtergehen. Also, die Seite liegen. Hallo. Rein. Hopp, 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 hopp. Und weiter geht's. Das ist jetzt noch eine sehr kurze Route. Aber, äh, wie gesagt, äh, schreibt es in die Kommentare, ob ihr von OMSI 1 Inhalt sehen wollt. Da hab ich so schöne Maps. Äh, die sind da bedeutend besser. Zum Beispiel Bad Kinsau. Äh, das ist eine sehr schöne, vor allem lange Map. Wo man auch im Winter schön fahren kann. Aber da kann ich halt leider nicht den Gelenkbus fahren. Vielleicht kriege ich sie irgendwann in, äh, OMSI 2, äh, funktionierend auf Dreie. Äh, die Damen wollen schon rein, dann lassen wir sie auch rein. Äh, äh, ja, äh, kann ich leider nicht den Gelenkbus fahren, weil es den in dieser Version da noch nicht, weil es noch nicht gibt. Aber, äh, vielleicht kriege ich sie ja irgendwann anzfunktionieren. Anzfunktioniert ist auch voll geiles Deutsch. Und, äh, äh, ja... Arschloch. So, wo kommt der denn jetzt her? Ey, man lässt Bustertonala so vor, du Arsch. Arschgeige. Geh weg. Arschloch. Raus, alle. Warum kriege ich gerade meinen Fahrplan? So. Keine Ahnung, warum sich mein Fahrplan hier gerade nicht aktualisiert. Hm, ich fahre da nochmal um die Ecke hier. Jetzt fahr mir da nicht zu. Arschloch, fahr. So. So, hier ist der Terminus. Jetzt sollte ich eigentlich einen neuen Fahrplan bekommen, ich weiß aber nicht warum. Irgendwas ist hier gerade gewaltig schiefgegangen. Was ist denn schon wieder los? Keine Ahnung, auf jeden Fall, ich hab die Linie hier durch. Äh, damit hab ich auch die Folge voll. Und, äh, ich sag jetzt schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, ja, freu euch auf die nächste Episode. Und wahrscheinlich geh ich jetzt gleich so oder so auf Umzie 1. Aber ich fahr die Route jetzt auf jeden Fall nochmal zu Ende. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt, geht auf Abi, äh, ab Abi. Und, äh, wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like. Bis dann. tschööööööööö! NAAAH, MIST! Irgendwas stimmt hier nicht! Naja, wie wär's denn nn? Dem Klopf! Bis zum nächsten Mal.